Die Piloten warten sehr lange mit ihrem Boxenstopp, aber der Grund ist in der Strategie zu erkennen, nämlich, jetzt sehen wir wahrscheinlich den Fehler von Tung, ja, verliert das Auto und tatsächlich Petrov muss vom Gas und verliert da ein paar Zehntelsekunden. Ja, man wartet einfach ab, wie die Witterungsbedingungen sich entwickeln, trocknet die Strecke weiter ab, dann wird man sicherlich auf Slick-Reifen wechseln, wenn Roman Grosjean sich jetzt auch bei ZG schnappt und damit als Fünfter bereits notiert wird. Ja, dann trocknet die Strecke weiter ab, dann kann man auf Slick-Reifen wechseln.